Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands 1 Ich wollt grad sagen diese Presicle, aber das ist es ja knapp nicht Und diese Skacks nerven hier grad ein bisschen, wie solche Haufen, wie sie halt sind Scheißhaufen Ja, und ich save mir jetzt mal schnell ne Karre Der schwarz ist meiner, raus da Genau, ich kill dir die Skacks und du klaust da mit meinem Auto Komm mit Oder Moment, welcher ist denn da? Welcher ist meiner? Die sind beide schwarz Ja, ich hab meinen auch schwarz gemacht Ich will mit meinen fahren Ja, dann komm rein So ein Assi, ich will fahren Du weißt genau, dass ich besser fahre als du Nein, ich fahr viel besser als du Ich glaub, ich war besser als du Guck mal, komm, ist er am Steuer mit dem Unfall gefahren Wollen wir, welche Kostümmesser ich zuerst machen? Keine Ahnung Wir haben ja zur Auswahl Äh, die Okay, ich glaub die hier ist besser, aber die andere sind 15 So So, Chef Sanders, wo ist denn das? Ah Siehst du, er kann einfach überhaupt nicht fahren Kirschi meinst du so zuerst Dich meine ich Hä, wieso? Ich bin angehalten Das war grad, ja, dann hat Kirschi einen Auffahrschaden provoziert Und du bist über ihn gefahren Ja, ich... Über ihn gefahren? Ich hab gar nichts gemacht Kirschi, der hat mir reingefahren Ja, dann bist du über ihn gefahren Ja, genau, ich hab gebremst Ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen Bin hier reingefahren Dann, das ist plötzlich Gut, bleibst du über mich Schon mal gehört, dass man keine Notbremsung auf? Hallo, es war keine Notbremsung Shhhh 300 Quest Racks getötet, Turbine, okay Den müssen wir töten Kirschi, ich fahre Nein Komm Mich kriegst du nicht aus dem Auto raus, Fischi Ja, du fährst doch mit meinem Auto, du Assi Ich bin sozialer Mensch Ich fährd mit deinem Auto Ich kann ja auch fahren Vielleicht dafür, dass du dieselbe Farbe nimmst Ich kann auch einige Male fahren Wer von uns beiden hat sein Auto kaputtgerichtet und wer nicht? Gut, dass wir das geklärt haben Wo ist denn die Turbine? War die das hier? Hä? Ähm, weiß ich nicht Irgendwo hier In der Mitte In der Mitte Nach Aquakata Skag Warte, 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 bleib stehen Du musst hoch Ja, du kannst einfach immer stehen bleiben und ich lauf hin Oh, ich hab's überfahren Läuft voll rein Ähm Was machst du da oben? Den abholen Ah, okay Parken Freddy parkt auch im Real Life wie so ein Assi Hä? Hallo, ich hab heute extra nochmal korrigiert Ja, das zweite Mal Ja, beim ersten Mal da stand auch ein Assi neben mir da Ja, da stand so ein richtiger Hurensohn neben dir Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn da einfach so jemand steht, der parkt auf drei Parkplätzen Oh ja Oh ja Ich hab's überfahren Ernsthaft, heute so ein dreckiger BMW So ein dreckiger BMW X1 oder X2, ich hab mich genau darauf geachtet Stand einfach auf zwei Parkplätzen Ich hasse solche Leute Einfach gleich erschießen Ja Ja Reinfahren im Auto Dafür ist mein Auto viel zu wertvoll Ja, stimmt aber auch Ich meine, deren Leben sind so viel wert, wie ein Schad verursachen würde, die zu überfahren Kisch überfährt ihn einfach Ja Fahrer auf Luft Also Dann haben wir jetzt noch Diese Quest Mit Racks Diese Quest, bumm Racks töten Wo sind die Racks? Ich seh grad keiner Auch nicht Ich frage dahin, wie wir hier sein sollen Ich such grad welche am Himmel Ada Kischi Rückwärts auf der Straße Schon in Ordnung Hä, das wär Spaß Das ist ein Parkplatz Zum Glück kriegst du so gut Alter, weißt du wie schwer das ist? Ich kann doch nicht weiter hoch zielen Das ist doof Deswegen steh ich hier hinten Vielleicht hätten wir einen im Gehwagen holen sollen Das stimmt Ich hab ne Rogenklaft reingeschaltet Als der erste Hund Ja, das ist glaub, dass du 10 Racks töten sollst oder so Oh Ich hab dann einen gefahren Okay Der chillt dann auf dem Boden rum Jackpot Weißt du, das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen Nur einfacher Alter Sicher Sicher Ähm War der da? Ach, wir fahren werden Au Zulern Ein bisschen genießen, ne? Ich steig schon aus Ich steig schon aus Mach nen Abflug Abgeschlossen 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 Ja, wir haben dafür irgendwas gekriegt Äh, ne Shield Der zu mich scheiße ist Der zu mich scheiße ist Der zu mich scheiße ist Der ich mir nicht angucken kann, weil ich Der ist wirklich nicht so gut Äh Wenn ich nach hinten ziele, hab ich Nein, wenn ich nach da ziele, hatte ich grad kein Visier Ist gut Oh Das ist gag Schnell vor Kirche wegfahren, damit wir nicht weiß, wo wir hinmüssten Ja, guck mal Okay Hab ich nur aufgehauen Lungjob freigeschalten Äh, weggeschaltet Ein wenig Blut an den Reifen Ja, die Ja, die Du hast Ja, wir müssen ja sowieso hören Also ich Weiß nicht Was wir genau hier machen Dachte ich mir auch grad so Oh Abliefer Ich hab Zetter gefunden Was für ein Zetter Aufgabe erfüllt, bereits zum Abschluss Okay, ich fahre mal nach Firestone, bitte Okay Warum willst du, dass er nach Firestone fährt? Weil er eine Quest annehmen soll Ich hab für dich umgeparkt Ich dachte, wenn er näher dran Danke Wo ist Firestone? Die Anfangsquert Okay, okay, ich war einfach zu ausgewählt, weil ich war nach Firestone Wo ist die Quest? Die wird ja auch mal rebar angezeigt Der Diamant Ach dieser komische grüne Blink der Punkt da Diamant Smaragd, nenn es einfach Smaragd Smaragd Okay Ist das hier? Wie scheint das hier zu sein? Hab jeder besser noch nicht rein, weil wir müssen mal Firestone Ja Ich warte noch Willst du aussteigen? Ja, warte gleich Ich glaub ich hab grad wieder meinen Timer abgebrochen Ne gut, 13 Minuten haben wir noch Wie kann man denn überhaupt abbrechen? Ähm, der bricht sich manchmal von Äh, nein das wollte ich nicht Der bricht sich manchmal von selber ab Der bricht sich manchmal von selber ab, wenn ich Ähm Einen anderen Tab aufmache Kenn ich Ich nicht Das geht mir richtig auf Eier Mir auch Von S2 Fehler Ihr habt aber einen S2, ne? Wir hatten ein anderes S2 als ich Hm Ich hab das S2 plus halt Ich hab das S2 plus halt Neue Mission, oh mein Gott, Alter Oh, wir haben die, wir haben die Dings quest Die Arena quest Soll ich jetzt hier annehmen, oder? Hm, da mussten wir reingehen Ich würd sagen wir machen da Obwohl, was wollen wir zuerst machen? Mir ist das wurscht Mir ist das wurscht Ich bin nach euch I will tilt Ist Wahnsinn Ich weiß nicht, was sollen wir zuerst machen? Mir egal Wollen wir, wollen wir, wollen wir die, äh Wie viel Minute? 13 haben wir, oh mein Gott, ich hab mich festgeparkt 12.30 Oh, Freddy, ernsthaft jetzt? Jetzt müssen wir das Auto rausschieben Pfff Wir schlagen gegen Soll ich euch irgendwie helfen fahren, oder so? Ne, ich hab's schon geschafft Das reicht, wir tauschen die Sitze Mordecai sagt bei mir, du schießt scheiße Ich bin hier auf Fahrplatz gegangen Bei mir hat Mordecai gesagt, das reicht, wir tauschen die Sitze Äh, ja, dann lass dich mal in der Kante Ja, okay Dann folge ich euch Ja, 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 Arena, Arena hört sich gut an Der Blut ist einfach so langsam, Alter Das Auto ist auf jeden Fall langsamer als in Borderlands 2 Alter! Okay, da bin ich gerade so ausgewichen Ihr habt neben dich geschissen Geschissen? Ja, geschissen Ähm Es sind ein paar Gags Es waren ein paar Gags Wir haben die ignoriert, Arena Kampf Wurden überfahren Arena Fight Roadkill Das ist Starforce Starforce Ja starforce Ich hab übrigens neue Schuhe, die geil aussieht und hat 36 Schaden. Warte, was? Beim, 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 beim Waffen, beim Markus Automaten. Ich guck's mir gleich an, ich glaub wir haben ne Shotgun gerade gekriegt. Bin ich mir aber nicht sicher. Wir haben gar nichts bekommen. Oh, der Preis. Ich skill mal das, wenn ich direkt nach Kritze, dass wir 3% der Bonus bekommen. Ich möchte keine Waffen, möchte man nicht zahlen. Ja, die ist schon ziemlich nice, aber kostet halt 16.000, ne? Hast du nicht? Ich hab 27k. Ich hab 25, aber ich brauch's nicht. Hä, wie kannst du, hast du dir was teures gekauft? Mh, nein, aber ich bin ein paar Mal gestorben. Ein paar Mal, nicht nur einmal. Hier ist ein Raketenwerfer, der übertrieben gut ist. Kish, du hast übrigens auch Raketen. Als, Dingster. Dingster? Als, als Skill, also Explosionsschaden. Oh, okay. Ja stimmt, da stand was zum Explosionsschaden beim Aufleveln. Ja, wollen wir jetzt die erste Runde anfangen? Ja, und so viel nice als die MG auch nicht. Ich komm schon, warte, warte, warte. Okay, hier steht direkt ein Steck dran. Wenn du fast tot bist, dann all in. Okay. Ulten. Ulten. Okay. Also, wenn du, wenn du merkst, dass du nicht mehr rauskommst, dann holst du ablassen. Okay. Das dürfte hier noch nicht so schwer sein. Alphaskeg. Okay. Ich wäre wohl. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot tot. Freddy, machst du die Kleinen, wir machen die Alphas. Welche Kleinen finden wir? Die sind alle um uns rum. Wir sind fast tot. Gehen wir noch. Noch. Lass mir den mal übernehmen. Ah! Ich krieg ihn wahrscheinlich nicht mehr. Kann mir jemand helfen vielleicht? Ich hab's schon geschafft. Level 2. Kommt der jetzt her? Noch mal, der ist halt gespawern. Noch ein Alpha? Ne. Fuck! Ich wollt grad direkt rennen. Soll ich dir auch helfen? Du hättest mir doch einfach die Gegner lassen können, aber ja. Ja, sorry. Mir geht's darum nur über Leben, Gegner töten. Und vergesst dabei immer, dass man, wenn man Gegner tötet, lebt. Hier liegt übrigens Medikid. Oh, schade. Das ist richtig schlecht. Okay, noch eine Runde? Jo. Wir haben noch 8 Minuten. Ich heil mich kurz vor dem Automaten. Ich warte noch ein bisschen, bis ich geheilt bin. Ich mach erstmal meinen Schaden komplett runter. Dass ich so wenig Schaden wie möglich kriege. Ich bin vollgeheilt. Dieser Wichser. Ich hab auch fast keine Munition mehr, Alter. Kann man den mit den Kopf schießen? Wen denn? Schade. Den Typen hier. Warum? Keine Ahnung, einfach weil er ein Typ ist. Ich möchte mir den Kopf wegblasen. Ich sollte ne Klebegranaten-Mod nehmen. Für die Alpha-Skegs. Okay. Ist grad an einem Angebot. Bouncing-Batterie. Granaten-Mods. Ne. Ich hab grad mal einer als Schild ausgerüstet, damit ich ne Gesundheitsregulation habe. Der ist um 40 schlechter als meiner. Habt ihr eigentlich Internet-Lags? Ne. Ich hab grad ein paar Internet-Lags. Ich nicht. Glaub ich. Ich hab ja sowieso keinen. Das ist mein Server, aber... Ich hatte grad irgendwelche. Jetzt geht's aber wieder. Ah. Also, ich glaub meine Sniper sind nicht so gut. Ich muss nur kurz was gucken, in denen es gilt. Für die, die kommen. Ähm. Ne, ich muss sie einfach nur mit kritischen Treffern töteln. Ah, fuck. Drei Stück. Jetzt. Zwei. Alter. Gehen alle auf mich? Erstmal die Kleinen. Erstmal die Kleinen kaputt machen. Das sind tatsächlich drei. Ich gefahr die auch. Wurde die Scheiße. So kleine Wichser raus. Kotzviecher. Oh. Mir gefallen. Nein, das sind keine Fotzi-Viecher. Fotzi-Viecher sind Bully-Mocks. Bin gleich tot, bin gleich tot, bin gleich tot, bin gleich tot, bin gleich tot. Nehmen wir wieder? Äh, kommt noch einer, kommt noch einer, kommt noch einer. Ähm. Bin tot. Gibt's hier irgendwo ein kleines Gags? Gibt's hier irgendwo ein kleines Gags? Gibt's hier irgendwo ein kleines Gags? Oh, nicht mehr nach tot. Ich auch, ich hab nichts mal gesehen. Also, ich... Das sollten wir noch nicht machen. Jep. Ja. Nicht, wenn die Falle 15 sind. Also, die sich fest sind sogar als Schwergel zeichnet, aber es ist uns komplett egal, weil wir asozial und spaßig sind. Ja. Wie lange haben wir noch? Gute Frage. 5,30. 5,30. Das heißt, wir können schon mal das nächste Gebiet laufen. Jep. Fahren. Mh. Lost Cave? Das ist zu schwer. Das heißt, wir machen am besten... Äh... Sch... Äh... Das hier. Da können wir noch gleich eine andere machen, die... Mit... Mit... Kennt ihr noch Moe & Molly? Oder wie die hießen? Oder Moe & Marley? Bob Marley. Die zwei... Die zwei... Die zwei Stacks, die übertrieben stark waren. Der Feuerstack und der andere. Marley-Wahn. Schade. Ja, okay. Dann fahr ich auf. Na gut, dann Beifahrer. Da müssen wir übrigens zurück. Ok, ich hätte gedacht, wir müssen geradeaus und dann rechts. Nö, nö. Müssen wir nicht hin. Oh. Ich hab gar keine Ahnung, wieviel Gebiet es im Borderlands 1 gibt. Drei. Also von zwei weiß ich auf jeden Fall. Also das hier und das nächstes. Gut. Frauen dürfen das. Ja, okay. Stimmt, du bist eine Frau. Borderlands funktioniert nicht mehr. Was? Das ist doof. Ja, schon ein bisschen. Was heißt, wir machen kurz die Aufnahme raus. Bis gleich. Bis gleich. Ach du Scheiße. Was? Und damit hält er zurück. Meine Aufnahme war ja abgebrochen. Weil Borderlands nicht mehr funktioniert hat. Danke Borderlands. Das hatte ich übrigens auch am Anfang des Let's Plays. Einfach neu starten und dann geht das, falls ihr das Problem auch habt. Ich bin der Einzige, der es noch nicht hatte bisher. Ja, Cashy. Du bist aber Cashy und kommst Bayern. Crimson. Ja. Das kommt ja später an. Crimson Lands. Die Crimson's kennen wir ja, ne? Hm, wir kennen die Crimson Raiders, nicht die Crimson Lands. Ja, Crimson Lands sind die, die alten. Ah, das Gebiet, da waren wir das letzte Mal drin, als wir komplett unterlevelt waren. Oh. Oh, hi. Ein bisschen. Gott bringt links. Pisser. 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 Kishi. Du bist nicht deine Waffe. Doch. Tschüss. Wie warst du dabei, Leute? Ich bin auch gerade weg. Viel Spaß dabei, Kishi. Ich hab nur noch 21 Leben. Danke. Ich bin so gut wie tot. Hallo, ich möchte gecritten. Ah, ich lebe doch. Ich bin gefallen. Du hast mir geklaut, ich hätte gecrittet. Ich bräuchte so ein bisschen das Medikit, danke. Kriegst du das, Cashy? Ja. Lebe noch. Ich hab'n Medikit. Lebe noch. Lebe noch. Au. Au. Oh mein Gott. Ich hab'n Medikit. Ich hab'n auf ihn rausgesprungen. Ich hab'n rausgesprungen. Komm'n. Bloodwing! Äh. Boah, hattest du grad'n Glück, Alter. Dass ich noch da war. Ja. Ich bin tot. Ich hab'n den Knallhacken-Sorys-Gang allein getötet. Ah. Freddy, 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 Freddy. Na, Mäuschen. Ich hab'n gebrannt. Ich hab'n gebrannt. Ich bin tot. Oh, 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 oh! Schnell weg! Ich hab'n ja auch ganz schnell unsichtbar gemacht und wir weg! Also ich mach' ganz schön Schaden mit der Waffe hier. Ich mach'n gar keinen Schaden. Da lag ne Waffe rum und du hast die Hemper eingesammelt? Hab'n? Ich hab'n einfach nur die ganze Mission eingesammelt, weil ich brauch' die Waffe. Und die Waffe? Oh mein Gott, Kirsche, welche Waffe war'n da? Äh, Alpha, 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 Alpha. Ah! Viel Spaß dabei. Was ist das überhaupt? Ist mir echt egal, du wolltest die haben. Okay. Ist ne Waffe für mich. Oh, dann nimm du sie. Nein, das ist kein Waffe für dich. Das ist kein SMG. Klar. Nein. Das ist ne Automatic Raffle. Also, ein Gewehr. Ja, die ist für mich. Nein, für mich. Für dich ist es Sniper Raffle. Nein. Und Automat... Und, äh, M... M... MGs. Nein. Für dich sind, äh, Sniper und Revolver. Ja, und für dich sind nur MPs und Nahkampf. Nein, MPs und MGs. Nein. Hörklärchen. Oh mein... Ekelhaft. Fucker. Ah, die Waffe... Ich hasse das Gag, weil ich hasse die zu Kritten, weil die machen einfach ihren Wund so selten aus. Ich habe genau diese Waffe... in dem anderen Spielstand auch mit Lilith. Ne, gar nicht wahr, mit, äh, mit Roland. Ich habe einen gegrittet, den ich mir vorhin bekomme. Ah, das ist der Alters-Gag. Ah, er hat mich. Wie die scheiße ausgeräumt. Ich habe den nächsten Mal aus der Ecke zu haben, wie du das... Verracktenwechser. Wir haben totgepröbelt. Ehh, der Timer klingelt gerade. Das heißt, das war's für jedermann mit diesem Board. Wenn wir den Alpha-Skack hier gekriegt haben. Falls. Yo, okay, jetzt mal schnell. Bloodbrain, thanks! Die! Pils! Ich hab' rekt. Ich hab' rekt, mate. Dann würde ich sagen, ich hab' euch gefallen, bis mal dran. Haut rein, Leute, und ciao! Tschüss! Nein, tschüss!